Wir haben eine Pandemie mit einem hochgefährlichen Virus und es gibt eine Möglichkeit, mit der wir uns schützen können, das ist die Impfung. Das heißt, das Impfen ist das Wichtige. Jede Impfung zählt für einen selber wie für die Gesamtgesellschaft und ich rufe darauf auf, dass man sich impft, entweder ob man klein ist oder groß ist und die Familien mit ihren Kindern sich gut beraten bei der Impfärztin, bei einem Impfarzt, in unseren Teams, um sich zu einer Impfung zu entschließen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir eine unterschiedliche Anzahl von sehr niedrigschwelligen Angeboten haben und so ein niedrigschwelliges Angebot ist dann eben hier auch in Schule. Das ist eine Vertrauensbasis, die zwischen Eltern, den Kindern, den Lehrkräften der Schule da ist und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz wertvoller Beitrag, um auch zu informieren und auch Angebote zu schaffen und sagen, wenn ihr wollt, hier könnt ihr euch impfen lassen. Das geht ganz einfach und ihr kennt die Umgebung. Wir haben überall in der Region Hannover mobile Impfteams aufgebaut, die an ganz vielen Orten in der Region Hannover impfen. Jede Aktion hilft, jede Impfung hilft, um aus der Pandemie zu kommen und das wünschen wir uns alle. Generell muss man sagen, es ist eine freie Entscheidung und der Landenschülerrat empfiehlt jedem das zu tun, was er für richtig hält. Auch sehen wir aber die gesellschaftliche Relevanz, sich impfen zu lassen und wir raten auch immer dazu, sich gut informieren zu lassen und wir haben jetzt die Information so niedrigschwellig zur Verfügung, dass man sich eben auch an Grundschulen wie dieser hier impfen lassen kann. Und wer sich dann dazu entscheidet, da sind wir sehr, sehr froh darüber und hoffen, dass wir demnächst auch wieder voll beschult werden können, ohne Masken, ohne Tests. Das ist ein Wunsch.